schön dass ihr eingeschaltet habt zu antworten mit dabei sind natürlich ragoon und der chat ganz besonders ist der chat sogar hallo ist der chat der reden hallo chat hallo hat das du nicht gesagt gehabt dass bei mir um 9 uhr gewittern soll ja mal mit 83 oder so rausgekommen dabei habe ich stärke lite mein pc bei mc war eine schnecke das ist manchmal echten witz mit der stärke lite also aber es wird ja gesagt dass das irgendwie genutzt wurde nicht an den fessern vorbei werden das ist der assassin blödes viel bleibt hier ja mach dir mal rein guck mal ob ich fallen finde ich hallo mit armen und beine was ist denn alles so gefehlt dass du so voll warst ich hab vorher ne falle gefunden ich weiß noch was oh mein nacken was mit dem nacken schlag im nacken kopf im nacken места okay in 4000 okay okay die Hm, ne Bärenfäule. Geil. Wolltest du nichts hinsetzen? Wo soll ich was hinsetzen? Da singst du ein guter Lied. Da kreischt dir jemand rum. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. Äh, sind die durch die Fenster gesprungen? Ich mach die Fenster kaputt und dann mach ich die zu. Ja, ich wollte nur hören, ob immer Gegner kommen. Hm, genau. Ich tu aber lause. Ob ich gerade, dass damit angefangen hab, äh, ja, auch. Und, äh, auch schon pausiert. Also ich hab alle Folgen schon längst aufgenommen. Also zumindest die wir bis jetzt aufgenommen hatten, so. Also, bis jetzt hatten wir auch noch keine neuen wieder aufgenommen. Ob wir jetzt insgesamt acht Stück hatten oder so. Deswegen. Ich hab gerade gekillt, ein FP-Filter. So wie eine Body-Armor-Repair-Kit. Ähm, hatte den riesen GSH-Rucksack, der auch sonst noch mit jeder Menge Zeugs voll war. So. Ach so. Okay, ja gut. Der hast ja richtig krassen Mut raus. Vor allem noch so ein Armor-Repair-Kit mit. Voll geil. Ach, die mit dem anderen Boss haben schon wieder unten so einen Ausgang. Na klar. Na gut, aber der andere Boss ist auch noch gar nicht gemacht. Ja gut, aber der ist da unten irgendwo in der Ecke. Oh, der ist ein Boss. Nimm mal nur mit. La 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 la. Äh. Gegner auf 300. Zwei Stück hab ich gesehen. 300? Sind die hinter der Mauer? Sind die denn da? 300 Ich glaub die irgendwo von Weitem gucken Einer am Fenster Fenster? Und? Da in diesem weißen Haus Die sollen oben am Fenster mal gucken Und am Fenster kann ich nicht sein Jetzt schlagen sie da hinterm Haus Ich hab ihn einmal getroffen Ich komm mal nach oben Einer ist noch irgendwie so auf 15 Alleine Die zwei sind hier hinten Ich frag ich nicht wie ich am Fenster stehe Aber ich hab einfach die Taste gedrückt Na klar Ja du musst dir einfach, guck mal Kannst du auch mal machen Du musst dich drauf strecken Und dann einfach nur auf Leitz Die ganze Zeit gedrückt halten Ja jetzt wo die rückschießen 15 saß da ragun? Einer Zwei Stücke sind so da hinten In die Richtung Kann sich natürlich jetzt auch schon längst verlagert haben Da oben auf dem Dach Ach man ich will auch mal jemanden sehen Um auf dem Dach Na Einer muss noch unten sein Und der andere ist immer noch da hinten irgendwo Mal eine Scheiße Ja alter Hat einen Held oben auf dem Dach Draußen Er hat sich verlagert Ich krieg dich grad noch nicht geholt Ich hab einen Necro Hat der auf dem Dach Der hat mir direkt ein Handy gegeben Ich hab gesehen Bam tot Wo ist der draußen? Kannst du mal pingen? Ich seh den Der vom Dach ist gerade runter gehüpft Ja ist er auch noch so 315 Ich komm jetzt hier hin Der ist da Der ist da Hä? Ne Das ist ein Zombie im Bereich Hat jemand näher? Ey hier kommt einer rein Wie das denn? Warte wie ist die Schöpfung hier? Weiß nicht, wo ist die Schöpfung hier? Mach's gut Schön Boah vor deine Tür Boah Hat nen Hit Ich seh direkt am Haus Auf 345 Hab ihn einmal getroffen Von rechts abgehauen Wirf was rein Ich hol jetzt den Ragun Ich hol jetzt den Ragun Und dann versuche ich mir vor ne Sekunde zu kriegen Oh nein da ist jemand Ich muss Ragun trotzdem mal Hab ihn Mit dem Bauty hab ich Sehr gut Wo ist der Nächste jetzt noch der Nächste? Bei mir unten Hat nen Hit Hab ihn Yo sehr schön Na du hast nachgelooten Na du hast nachgelooten So ich guck nochmal Ich hab meine Vergeltung Alles in Ruhig war gut Der hat 15 Punkte da gelassen Oh Ne Wo nicht Ragun gibst du noch auf? Achso du hörst die Hände schon am aufheben Frau Herrmann Wenn's gerne grauner Sportaler sind Warte wo hast du den jetzt hier draußen? Äh da irgendwo irgendwo leuchtet Garten da So warte mal Guck mal da gehen Nix neues Ach der hat da special drin Oh nein Das hab ich denn da aufgehoben Ihhh Hier ist der Das ist meine Waffe So Ach der ist special Dann gehen wir nochmal 15 ab Na die anderen sind schon im Ausgang Wer schießt denn da? Oder ist das fake? Äh fake Das fake Wie nett Ich brense Ich werde mal Zecken suchen gehen Und noch ein paar Scaffruns machen Oh Gott Zecken suchen Warum das denn? Euch dran noch eine schöne Runde Und ein schönes Wochenende Vielen vielen Dank dass du da warst Genau Und äh Dankeschön für uns reinschalten Ich hoffe ihr findet es nicht so viele Zecken Und ähm Viel Erfolg bei deinen Scaffruns Dankeschön Schönes Wochenende Schönes Wochenende Bis zum nächsten Mal Äh Dann gehen wir glaube ich oben raus Oh Manni Oh Manni Bis bald Bis bald Bis bald Machs gut Du 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 Okay Ich hab noch eine Sekunde Okay Ich sehe nix Ich hab nur eine Sekunde Ausdauersputze bekommen, verleihe ich mir die Eile rein. Nein, was tust du denn da? Ich will den Ausdauersputze übernehmen. Hab doch gesagt, hör dazu. Was ist denn los mit dir? Warum? Weil es kann. Nein! Er ist explodiert! Da! Wir sind schon wieder bei den Karnevalsbonbons, oder? Kamelle! Der jude Kamelle, ja. Obwohl er schon diese Plastikverpackung da schon gar nicht mehr abtriss. Hier schon eins mit dem Bonbon gewonnen sind. Wo die sich gedacht haben, Mensch! Diesmal kaufen, war das richtig gute Zeug. Wo einfach mal ein Kilo so einen Cent kostet, was du sonst dabei bekommen hast. Lecker. Mhh. Der mag ja auch die Grünen nutzen. Die meint sie verpacken, oder? Ja. Das hast du ja nie abbekommen, musst du es ja mit verpacken essen. Am besten war ja auch immer, wenn es draußen dann geregnet hat, die Dinger sind in der Pfütze, oder so. Oh, schön. Ja. Na hier, bück dich los. Ja, hast du für einen Cent. Ja, hast du das Zeug. Hast du das Zeug? Die den Scheiß, den 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 ganzen Tag vom Kopf geschissen bekommen. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Und weißt du, um was hat das beste sein wollen, als Kind immer machen. Ich wollte als Kind immer auf dem Wagen stehen, den Leckner vom Kopf werfen. Aber immer größter Wunsch. Das wäre immer schön gewesen. Aua. So. Aber ich weiß, ob meine kleine Cousine war immer ständig am Heulen, weil die ständig die Dinger vom Kopf gekriegt hat. Ja, Bomber. So, was haben wir denn? Drei Stück. Drei Stück. Ja, pfuh. Vielen Dank.